Ok, einer quietscht. Terrorist Nummer 2, nach dem Baden, ja, er wird gleich fertig gemacht, so wie Terrorist Nummer 1 dann im Bad sein wird, ja, wir haben ein sehr gutes Teamwork, das Teamwork ist natürlich der Milos mit seiner Schere, da haben wir auch eine kleine Auswahl für ihn. Ja, funktioniert alles ganz gut. Wir haben leider keine Befestigungsmaterial, so müssen wir die Tiere halt so schneiden, aber es geht. Terrorist Nummer 3 hängt an der Wand. Das ist unser Hausterrorist, der alles terrorisiert hier bei uns im Laden und durcheinander bringt. Und die anderen stehen natürlich hier auf dem Tisch. Terrorist Nummer 2. Terrorist Nummer 3. so und die die wir uns allzu arg genervt haben für die haben eine besondere position gefunden die hängen dann hier am strang das gibt es auch während unser oberster bus hier an der wand das ist apollo er schaut dass wir natürlich hier alles richtig machen und wehe einer pusht so ist es halt apollo ist 17 jahre alt und ist natürlich unser schatzi aber alle tiere sind unsere schatzis deswegen sind wir hier in koplinz bei apollo trier straße 80 natürlich so bei uns gibt es nicht nur billige haarschnitte sondern es gibt auch eine billige tanke hier kommen natürlich die schnäppchenjäger gerne am tag heute heute ist diesel 199 super 131 9 super plus ist 133 9 und super ganz ganz plus 141 natürlich und hier haben wir natürlich unsere kunden kommen nicht nur mit porsche sondern die kommen auch sonst zu uns ok auf wiedersehen schön billig getankt bisschen krach noch im background und jetzt sind wir wieder bei unsere ferraris hier so 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 natürlich wird bei uns auch geschert aber nur der popo und die beine das wird mit einer ganz easy maschine gemacht das ist wie ein damen intim rasierer da kann also nichts passieren so 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 ok dann sehen wir uns wieder wenn wir fertig sind bis später dann